Beim Sommerfest des Berliner TSC geht es nicht nur um das schöne Wetter. Der Verein feiert seinen 55. Geburtstag und ist damit aus der Berliner Vereinslandschaft nicht mehr wegzudenken. Seinen Mitgliedern und natürlich allen, die sonst noch mitfeiern wollen, bietet der Klub einen tollen Tag voll mit Sport. Aufführungen und natürlich leckerem Essen. Das Motto unseres Namens, die Sportfamilie in der Spree, die bringt das Sommerfest zum Ausdruck. In diesem Jahr auf ganz besondere Art und Weise mit unserem Sportartenmarathon und ganz viele Gäste hier unterwegs, die auch Sport treiben. Also wir wollen zum Ausdruck bringen, wir machen Sport aus Spaß, wir fühlen uns als Familie und das kommt hier heute deutlich zum Ausdruck. Hier kann im Prinzip jeder, der Lust auf Sport und Lust auf eine Sportfamilie hat, bei uns anklopfen. Gesagt, getan. Die Sportartenrallye bietet für die Kinder vier Platz zum Austoben. Egal ob Fußball, Hockey, Handball oder sogar Karate. Für jeden ist etwas dabei, das gerade ihm Spaß macht. Wer am Ende alles absolviert hat, kann seine an den Stationen gesammelten Punkte gegen einen verdienten Preis eintauschen. In der Halle nebenan läuft parallel ein Showprogramm. Der Andrang ist groß, die Zuschauer sind gespannt. Den Anfang bildet der Eiskunstlauf zwar auf Hallenboden, dafür aber nicht weniger anspruchsvoll und grazil. Auch mit rhythmischer Sportgymnastik können die Kleinen das Publikum begeistern. Mehrere Auftritte mit verschiedenen Handgeräten beeindrucken, auf ganzer Linie. Beim Karate wird am Ende noch richtige Kampfkunst gezeigt. Mit eindrucksvollen Würfen und Bewegungsabläufen beweisen die jungen Karatekas ihr Können. Also eigentlich das Besondere ist, dass das gesamte Fest, das gesamte Sommerfest von allen Abteilungen quasi gestemmt wird. Also sämtliche Abteilungen haben gesagt, okay, wir machen mit, wir stellen Personen ab, die hier alles unterstützen, die die Stationen der Sportartenrallye betreuen, die die Kinder anleiten, die hier einen kleinen Kuchenstand machen oder auch eine Grillwurst umwenden. Also jeder engagiert sich hier, der gesamte Verein. Und das macht eigentlich das Besondere auch des TSC aus, also diese Sportfamilie an der Spree, das merkt man heute total. Ein Fest, das wahrlich für die ganze Familie gemacht ist. Nach dem anstrengenden Programm ist es jedoch wichtig, sich ein wenig zu stärken und die Seele baumeln zu lassen. Wer vom Sport immer noch nicht geschafft ist, darf den Berliner TSC natürlich herzlich gerne wieder besuchen. Ich bin schon immer noch nie. Bis zum nächsten Mal. pass